Jo, was geht Leute? Wieder mal ein Live-Freestyle von Karol Menke Vacations. Jo, der Freestyler 24-7, der 29er, der ist nie verneint dran, der ist nie verpeilt dran, denn ich bin und steh wie ein Mann. Die Armee, die Armada, das Ganze geht schmader, Kaffee ist garer Manga und der kriegt der von den Kater her. Geh mal Gassi mit deinem Pussyketzchen, ja, ich mach hier keine Mädchen, häng mal hier unter das Satellitchen, ja, was geht hier? Du hängst ja schon in Fetzen, werde Leute vernetzen, vernetzen, verätzen, ja, ich komme und treffe die Äxte mit meinem Text und die Texte, ich setze, setze zusammen, ja, ich hab die Action und ich bin nie am Gannen, ja, ich bin höchstens am Hangout und das hier ist wie Bang, 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 ja, klick, klack, boom, hier kommt die Lade direkt in deine Fresse, weil ich dich stresse, ja, willst du meine Adresse, dann kriegst du sie nicht, denn ich brauch keine Penner hier, die hier machen auf Bitch, ja, den Sack habt ihr sowieso nicht, ich bin der, der die Pflicht immer noch ausspricht, ja, und will hier jemand, was ausspricht, ja, höchstens sein, entbrochen ist, denn ich hab hier nur noch gesprochen ist, doch nicht gebrochen Deutscher sein, ich bin so real life, Freestyle, der Franke und sag niemals Danke an der Tanke, denn ich, Anker, Vietan Anker, in Ankara, Skaffi, Skaramanga, mach mal nach, Mann, Marzipan, Taliban, ARD Text im Auftrag von funk